Was ist mit Part? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind eure Leute. Was du nix weißt, ist nix Neues. An Haken, kommst du wieder klar? Ich glaube ich, dass sie trotzdem mal da steht. Kommt auf. Ach Scheiße. Hoffen wir mal, dass es nicht stimmt, dass der Bot immer den Zweitgrößten angreift, weil der bin jetzt ich. Ja, der war der Größte halt. Jaja, er selbst ist der Größte oder nicht? Wir brauchen Holz, eure Leute. Du bist der Größte. Dann ist der Bot Trissgrößter oder was? Könnt doch gar nicht sein. Glaub ich nicht. Ich bin der Zweite, sagt sie. Ah, du bist der Zweite. Ah, da. Ah, hm. Achso, ja, da so. Warum bin ich Zweitgrößter? Mit Truppenzahlen schonmal nicht? Okay, egal. Gehen in Stellung. Spitzner, du hast einen gesunden Steuersatz da. Unsere Bögen werden singen. Unsere Bögen werden singen. Was für Getreide vorreden. Ich hab kein Getreide. Ich meine wohl einfach Nahrung. Ich hab kein Getreide. Kannst du denn nicht? Das ist lustig. Oder? Das ist lustig. Ich hab kein Getreide. Ich hab kein Getreide. mehr wir machen das ist wie mordor dass den sturm nicht enden übertreibt doch unsere bürgen sind ungeduldig unsere bürgen werden singen aber ich sag schon diese scheiße sind aber nicht zu können sie hat so einfach massenmäßig brutal viel baumeister abteilung zieht los ich lass dir einfach weiter die dinge einhacken weißt du ja so heißt ich überraschung überrasch warte warte überraschung ja ach scheiße der trebuchet oh man bumm mein armer tower man ja er kann sich mal mit einer gekauften armee hier verpissen sehr brutal ja das ist meine echt geile gekaufte armee ja ja ach ich lass mich immer hier stehen ja man ja noch human bleiben hier Bauern werden benötigt sire ja wer ist denn hier mit dem gekauften das ist doch keine gekaufte armee wo siehst du die gekaufte armee man ey ist da überhaupt eine einheit selbst ausgebildet ja siehst du doch die bogenschütze die fünf hier unglaublich ich stelle es einfach alle mal auf aggressiv mal schauen was passiert nix ok ja jetzt hat das katapult genau meine einheiten getroffen und die anderen zu schnitt haben das habe ich auch gesehen ja ach der kleine pisser kommt schon wieder zu mir der grüne ja warte ich helfe schnell eure treuen bodenschützen aus die plätze Männer willst du mir nicht auch ein bisschen helfen klar scheiße ich helf dir, warte hier kriegst du noch ein Stein warte 3 2 1 der weins steht vor den Mauern sire du spudermanger ok wir sind nicht so ein Arsch noch ich geh wieder Ich schieße jetzt den Bot, aber ich habe die Schnauze voll, dieser Mixer gerade geschickt. Unsere Bögen werden singen. Wir sind bereit. Bogen schützen in Bewegung. Meine Spieler haben auch Ja gesagt, also gute Entscheidungen. Deine Spieler, okay. Ey, 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 meine Karriere. Jetzt kriege ich die Meldung, die Truppen des Wolfs greifen dann. Verarsch mich doch. Und ich bin der zweitgrößte Lord, woher kommt diese Meldung? Wollte mich verarschen. Okay, das war es mit Part 5 oder so.